Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Overcooked. Ich glaube wir sind in der vorletzten Welt jetzt. Wir haben es wie gehabt in zwei Parts, hoffe ich. Das hier ist Level 5-1 und es scheint so, als geht es jetzt los mit diesen Bewegungsteilen. Ich glaube, die hatten wir vorher noch nicht. Das war ein bisschen chaotisch. Da muss ich mich jetzt erstmal nochmal reinversetzen. Okay, wir fahren hier ein bisschen in der Gegend rum mit dem Ding. Und wir haben links... Okay, wir haben Burger und Sushi. Wir haben links das ganze Bratzeug und rechts das ganze Schnallzeug. Oh je, oh je. Okay. Okay, kriegen wir hin. Irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie. Okay. So, alles klar. Wir fangen an mit... Scheiße. Nein, nicht... Ne, mit Fisch. Und dann... Oh. Dann geht das schon wieder los. Ich weiß jetzt nicht, wie weit der das werfen kann. Ah, weit genug. Okay. Also gerade... Nein! Scheiße. Es ist runtergefallen. So ein Mist. Okay. Stopp. Du schneidest jetzt. Was macht hier Geräusche? Ach so, der Reis ist fertig. Ähm. Well. Ah, das muss man ja gar nicht braten. Das war dumm. Äh, das muss man ja gar nicht braten. Aber wir müssen trotzdem da rüber. Und abgeben muss man natürlich rechts. Oh je. Das kann was werden. Okay. Okay. Ähm. Erstmal Fisch-Sushi. Dann Gurken-Sushi. Dann ein Burger-Braten. Dann brauchen wir... For fuck's sake! Und dann hängt es sich erstmal ewig auf, weil er tot ist. Ähm. Well. Shit. Shit. Hep. Ah. Das war ja klar. Ne. Okay. Ich mach das nochmal. Nicht, weil ich muss, sondern weil es mich gerade einfach nervt, wie schlecht das hier funktioniert. Oh. God damn it. Okay. Nochmal. Also gut. Du fängst an, Fisch zu machen. Du fährst rüber und kümmerst dich um den Reis. Zack. Und. Zack. Äh. Dann fährst du wieder zurück. Und du machst Gurke. Ja. Das können wir eigentlich so lassen. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir machen das so rum. Wenn es klappt. Ja. Und so rum. Ja. Ähm. Und Nuri. Ja. Und nochmal. Ja. Dann fahren wir wieder zurück. Und du legst es jetzt da drauf und gibst es instant ab. Denn du musst das machen. Und dann kümmerst du dich ums Fleisch. Ich würde sagen gleich um zwei, aber das funktioniert gerade nicht. So. Ich mach schon mal Reis da rein, auch wenn wir den jetzt noch nicht brauchen. Vielleicht ist das bald der Fall, dass wir den brauchen. Wichtig ist, das Fleisch muss gebraten werden. Deswegen. Ähm. Muss das Fleisch wieder zurück. Ansonsten. Fuck. Muss hier nichts wieder zurück. So. Seht ihr? Äh. Wir brauchen Reis. So. Dann machst du das hier. Und dann machst du erst mal Teller. Auch wenn wir da noch einen haben. So. So. Und jetzt kommt das hier. Zack. Und. Oh je. Äh. Wir brauchen hier Gurke und Fisch. Und. Zack. Dann kann man das gleich abgeben. Sobald das an... Ah shit. Wir brauchen einen Teller. Wir brauchen hier einen Teller. Teller. So. Weiter schnippeln. Äh. Äh. Okay. Easy. So. Ja. Okay. Der andere muss wieder weiter schnippeln. Oh Gott. Das ist so viel, Alter. Okay. Einmal. Zweimal. Ähm. Das hier. Teller. So. Du fährst wieder rüber. Okay. Dann holen wir einmal das da raus. Als nächstes Nori da rein. Dann brauchen wir wieder einen Teller. Okay. Wir haben immer noch Zeit. Wir haben immer noch Zeit. So. Ähm. Wir machen am besten gleich noch mehr Reis. Auch wenn wir den waschen... Ah doch. Brauchen wir. Wenn es gut läuft. So. Wir brauchen die Teller bitte. Toll. Die muss man einzeln tragen. Äh. Äh. Und dann kannst du gleich weiter schnippeln. Gott. Okay. Okay. Das funktioniert. Das funktioniert. Ähm. Zack. Zack. Ja. Moment. Ich bin gleich bei mir. Ähm. Erst Fisch machen. Ah. Okay. Sehr gut. Nori. Mehr Nori. Ähm. Ja. Am besten kurz rüberfahren. Damit der hier weitermachen kann. So. 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 Dann brauchen wir eins mit Gurke. Dann fahre ich dich erstmal wieder zurück. Damit du weiter mit dem Reis machst. Nicht, was notwendig ist jetzt gerade. Aber passt. Die paar Sekunden gönne ich mir. Okay. Okay. Du musst, äh, wieder, äh, wieder, ah, wieder waschen. Ah, 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 okay. Ich pack das jetzt einfach da drauf. Denn wir sind von der Zeit her fast fertig. So. Ähm. Dann brauchen wir einmal Gurke. Ah, shit. Da wäre eigentlich noch ein Burger notwendig. Ähm. Ich weiß nicht, ob wir den noch schaffen zeitlich. Aber müsste. Dann brauchen wir da auch noch einen Teller. Das heißt, wir müssen noch mal einen, äh, waschen. So. Bitte einmal in, da reinwerfen. Ähm. Viel zu zurückfahren. Ah, wir brauchen Nori. Shit. Okay. Einmal. Zweimal. Rückfahren. Gut. Äh, Teller. Zack. Wieso habe ich jetzt eigentlich Fleisch, äh, Gurke gemacht? Ah. Ah. Ah, shit. Alles schief gegangen. Ja, ist ja gut. Wir haben keine Teller. Ah, wir brauchen Burger Buds. Ich glaube, das war's, Alter. So. So. Stopp. Stopp. Vielleicht schaffen wir wenigstens noch den Burger. Ja, den schaffen wir noch. Okay, damit ist zwar das Trinkgeld voll im Eimer, aber egal, 646 reicht. Puh. Also, das Ende war jetzt noch ein bisschen chaotisch, muss ich zugeben. Ne? Aber gut. Okay. 5-1 war fertig. 5-2 ist hier. Das ist wieder ein Ballonlevel. Da fahre ich erstmal daneben. Sehr gut. Okay. Oh je. Also, ich kann doch nicht sagen, dass das jetzt die schlimmste Welt ist, denn das ist die sechste Welt. Aber es ist schon relativ stressig ab und zu. Was haben wir hier? Oh je. Okay, wir haben hier ganz viele Burger. Ähm. Ich wette, hier verschiebt sich gleich alles. Haben wir noch was zum Schnibbeln? Ja. Hier. Fang. Oh shit. Okay. Egal. Funktioniert. Ähm. So. Ich glaube, hier verschiebt sich alles. So. So. Das machen wir schon mal bereit. Oh je. Gleich geht's rund. Ähm. So. Ah, das war dumm. Der kann ja auch da drauf. Ähm. Als nächstes nochmal einmal Fleisch mit. Oh je. Oh je. Ah. Was ist das denn? Okay. So. Ähm. Scheiße. Der muss. Äh. Wie soll denn der? Ah. Okay. Eigentlich soll er schnippeln. Aber wir können gerade überhaupt nicht. Ähm. Okay. Hier ist Feuer. Vielleicht verschiebt sich ja doch nichts. Vielleicht ist es nur das Feuer, das mich nerven will. Ich treffe hier nicht. Okay. Ich will schnell wieder zurück. Ah. Wie soll ich denn? Das ist ja bescheuert. Okay. Warte. Da brauchen wir gar nichts. Aber auf der anderen Seite. Wieso leckt denn das? Das liegt das am Feuer oder was? Weg da. Ich brauche meine... meinen Teller. So. Ähm. Da brauchen wir aber auch noch Käse. Da komme ich aber gerade nicht ran. Jetzt ist das Feuer gelöscht. Toll. Und an den Burger komme ich... Äh. An den Bun komme ich jetzt nicht mehr ran. Au. Verdammt. Verdammt. Ah. Ist das scheiße hier. Okay. Ähm. Gut. Du gehst einfach außen rum. So. Einmal schnippeln. Das ist ja... Öh. Öh. Okay. Irgendwie funktioniert es noch. Die Frage ist, wie lange noch? So. Ein Cheeseburger. Fertig. Ah. Shit. Ah. Shit. Wir kommen nicht an den Feuerlöscher. Scheiße. Scheiße. Ich kann gar nichts machen. Ich kann den Käse nicht holen. Ich sage, hat sie noch einen Feuerlöscher. Okay. Weißt du was? Dann machen wir was anderes. Äh. Wir... Na. Da kann ich auch nicht ran. For Christ's sake. Okay. Ah. Das ist ja schon fertig. Äh. Ich weiß nicht. Wo ist jetzt hin? Ah. Nee. Oder? God damn it. Okay. Der Feuerlöscher muss irgendwo anders hin. Auf jeden Fall. Ah. Das war sinnlos. Ähm. Ähm. Käse. Hier. Ich werfe dir den einfach zu. Ach shit. Da kommt er wieder nicht ran. Okay. Muss er außen rum. Da muss er hier ran. Ähm. Du machst den Banda fertig. Legst es mal dahin. Ich hoffe, der kommt da ran. Ich denke schon. Ist immer nur in das Feuer, wie es scheint. So. Okay. Okay. So. Und dann brauchen wir Gemüse. Alles Gemüse. Das ist ein Teller. Alles Gemüse, was wir brauchen. Äh. Haben. So. Ähm. Oh Gott. Keine Absicht. Okay. Ähm. Einmal grünes Gemüse hier. Das da. Ah. Feingelassen. Shit. Ah. Weggeworfen. Shit. Ah. Ich komm nicht mehr durch. Shit. Okay. Halb so wild. Ah. Der Dunstück fest. Oh. Fuck. Okay. Ähm. Ich mach das runter. Oh. Okay. Schneiden. Egal. Dann halt auf der Seite. Äh. Fuck. Ich komm da nicht durch. Da ist ein Teller. Okay. Geh weg. Gut. Das Feuer ist weg. Ähm. Fuck. Jetzt muss ich mich beeilen. Oh je. Oh je. Oh je. Okay. Es ist da. Das ist ja auch sehr unpraktisch. Ähm. Kennst du das? Oh Gott. Okay. Wirf da auf den Boden. Äh. Kommst du da vorbei? Ne. Der kommt da gar nicht vorbei. Okay. Egal. Ich mach weiter Fleisch. Und warte bis das fertig ist. Und dann gleich das nächste hier. Rot. Äh. Tomate. Und das ist weg. Sehr gut. Tomate schneiden. Och Gottchen. Ähm. Grün. Oh Gott. Ich fang schon wieder an mit Farben statt mit Essen. Äh. Feuer. Äh. Überall Feuer. Ähm. Scheiße. Ah. Ich komm hier vorbei. Ah. Feuer. Alter. Das Feuer ist echt überall gerade. Äh. Okay. Das war nicht so geplant. Aber es macht nichts. Ich stelle das mal hier hin. So. Sehr gut. Einfach abgeben. Ich guck ob ich noch. Nein. Au. Au. Ah. Uh. Ah. Nein. Beide stecken fest. Das gibt's ja nicht. Lass mich durch. Ich muss das Ding abgeben. Gleich krieg's Ärger. Weg da. Fallen lassen. So. Oh Gott. Ne. Das wird nix mehr. Das wird nix mehr. Ne. Aber. Hat. Hat doch ganz gut funktioniert. Die Punkte reichen. Gott ist das bescheuert. Mit diesen Flammen überall. Guck mal. Ich komm da gar nicht rüber. Äh. Toll. Ganz toll. Hier schnell weiter. Auch wenn's nix verbringt. 425. Whatever. Passt schon. Alter. Was für ein dummes Level, ey. Alle Level gerade sind richtig übertrieben. Ja. Ist gut. Ich will wegdrücken. Danke. Ah. Okay. Das war die zweite. Jetzt kommt noch die dritte. Dann sollten wir die Welt, äh, diesen Part durch haben. Aber es kann sein, dass noch ein Kevin-Level kommt. Ah. Noch nicht. Vielleicht danach. Aber danach pack ich's lieber in den nächsten Part, glaub ich. Vielleicht mach ich sogar drei Parts draus, wenn dann zu viel wird. Oh je. Oh nein. Daran erinnere ich mich. Oh Gott. Oh shit. Und da ist ne Maus im Weg gewesen. Okay. Oh Gott. Ich werd mal da runtergesprungen. Äh. Du mach mal das. Ähm. Wir müssen dich da hochfahren. Hol mal gleich beides raus. Okay. Dann fahren wir hier hoch. Ähm. Du schneidest das hier. Du kannst das schneiden. Wenn wir's richtig machen, kriegen wir das zeitlich ganz gut hin. Der hier fährt dann gleich weg. Aber erst wenn... Oh Gott. Was ist das? Okay. Das ist nur ne Lore. Ist sehr gut. Ähm. Der kann's gleich in der Hand halten. Nein. Okay. Äh. Zack. Oh shit. Ich hätte erst noch Reis holen sollen. Hab ich aber nicht. Hab ich nicht. Wo ist der Reis? Da unten. Dude. Kümmere dich um den Reis. Der ist, glaub ich, eh schneller. Also. Und dann brauchen wir Tortillas. Oh je. Und Teller sind überall verteilt. Jetzt müssen wir uns auch noch beeilen. Ähm. Nimm das. Okay. Nein. Mitnehmen. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Eins. Zwei. Zurück fahren. Ah. Falsche Taste. Ah ja. Fuck. Okay. Stopp. 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 Wir haben's gleich. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt machen wir beide so einmal. Einmal. Ähm. Zweimal. Dreimal. Das ist fertig. Äh. Andere Teller ist da drüben. Zack. Und zack. Ist auch fertig. Aber erst müssen wir das Hähnchen abgeben. Das war also dumm, das Falsche in der Hand zu haben. Okay. Hähnchen. Fucking hell. So. Und so. Als nächstes sollten wir eigentlich erst mal das wieder hinstellen. Dann können wir es auch werfen, wenn wir es richtig machen. Wovon ich jetzt nicht ausgehe, dass wir das hinkriegen. Äh. Einmal das. Und ein Stück weiter hoch. Dann das. Und schneiden. Ich glaube, das war ein richtig beschissenes Level. Okay. Es könnte sein, dass ich so weit werfen kann. Aber ich glaub mal nicht dran. Und dann brauchen wir ja wieder Reis. Oh je. Ja doch. Ich kann locker so weit werfen. Da hätte ich gar nicht hinfahren müssen. Okay. Das kann ich mir merken, falls ich es nochmal machen muss. So. Reis. Zack. Und zack. Und dann brauchen wir die Tortillas. Das reicht aber zeitlich überhaupt nicht, weil das schon fertig ist hier. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Tortillas, schnell. Wo sind die Teller? Ganz oben, ganz unten versteckt. Ganz toll. Okay. Du fährst mich runter. Kann man das hoffentlich in die Tortillas ohne Teller tun? Ja, kann man. Kann man sehr gut. So, so, so. Ähm. Dann einmal so. Und einmal. Komm her. Komm her. Einmal so. Ich glaube nicht, dass ich hier gerade irgendwie alles richtig mache. Oder irgendwas richtig mache. Ah, Feuerlöscher. Okay. Ähm. Ja, das geben wir gleich ab. Fuck, jetzt habe ich es falsch drauf. Äh. Weil es ist schon am Wackeln da oben. Okay, also wir sind wohl nicht so gut in der Zeit. Ähm. Ich hätte mich beinahe runtergekickt. Aber alles gut. So. Weiter geht's. Ich versuche es. Ich gebe mein Bestes. Okay. Aber das geht noch besser. Fleisch. Ah, shit. Da komme ich nicht ran. Ähm. Fleisch. Und am besten gleich. Oh, Gott. Zack. Nee, das war dumm. Das war richtig dumm. Weil ich glaube, jetzt müssen wir gleich wieder rüberfahren. Während wir noch schnippeln. Und jetzt sind natürlich die fucking Pfannen nicht auf dem Herd. Oh, je. Oh, je. So. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Oh, wir haben ja noch gar keine Teller gewaschen. Ich glaube, ohne Teller waschen kann man das gar nicht schaffen. Wir machen gerade alles falsch. Alles falsch. Ich weiß auch nicht, warum ich das... Ja, okay. Ich habe mich umgebracht. Oh, mein Gott. Dieses Level ist heftig. Nein. Äh. Oh, for fuck's sake. Okay. Ich glaube, das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich es nochmal machen muss. Und das ist echt heftig dann. Ja, ich würde ja gerne. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Wie soll man das denn machen? Seht euch das mal an hier. Ach, Gott. Okay. Ne, muss ich nochmal machen. Definitiv. 315-7-8-Gar-Nix-Hit. Okay. Ich muss mir eine Strategie ausdenken. Ähm. Ja, jetzt Laufabzeit. Alles gut. Das reicht eh nicht. Oder? Ach, Gott. Das reicht ja locker. Aber ich will es trotzdem nochmal machen, denn ich war jetzt echt unzufrieden. Einmal muss man es noch machen, damit ich zufrieden bin. Okay, also im nächsten Part haben wir 5-4 und kein Kevin-Level. Aber ich werde das jetzt nochmal versuchen. Ich muss es nochmal versuchen. Also ich würde zumindest, keine Ahnung, ein bisschen besser sein. Okay. Äh. Brumm, brumm. Ähm. Wir brauchen das und das. Wir fahren gleich wieder hoch. Ich weiß nicht, ob das klug war. Ne, wartet. Obwohl doch passt. Ah, f- Ach, Gott. Okay. Ich glaube, ich sollte zumindest gleich die zwei Teller links mitnehmen und die anderen zwei rechts, sobald ich es erstmal abgebe. Ich erinnere, ich weiß nicht, warum ich da so Probleme hatte, wenn es, wenn ich es mit so wenig Punkten hier, äh, wenn es so, wenn es reicht mit so wenig Punkten. Ah, wartet. Ich brauche noch den Teller. Ah. Ah. Obwohl, auch gut. Ah. Wieso wirst du auf den Boden, wenn... Öh. Okay, okay, okay. Okay. So. Rüberfahren. Ähm. Zack. Wir hätten erst das andere schneiden sollen. So. Ich hoffe, das ist ein bisschen intelligenter. Ne, ist es nicht. Ich hab... Ich muss das Ding ein bisschen weiter nach rechts fahren, damit ich gleich an die Pfanne rankomme. Und dann nach dem Schneiden direkt reinwerfen in die Pfanne und dann in Reis. Boah. Äh. Okay. Teller. Fleisch. Fleisch. Anderes Fleisch. Hochfahren. Teller. Tortilla. Tortilla. Rüberfahren. Und zwar bis hier. Schnibbeln. Schnibbeln. So, eigentlich ist das Hähnchen wichtiger, aber jetzt haben wir das andere zuerst. Das macht aber nix. So. Häpp. Und... Hä? Oh Gott. Okay. Und jetzt Reis. Reis. Eins. Zwei. Okay. Okay. Rüberfahren. Du nimmst das. Tust es da hin. Du nimmst das. Tust es da hin. Wieder rüberfahren. Nimmst das. Tust es da hin. Nimmst das. Tust es da rein. So, jetzt fahren wir da rüber. Jesus Christ. Okay. So kann man auch weg von dem Ding. Dann nehmen wir die Teller mit. Dann fahren wir hoch. Holen den Teller ab. Fahren mit dir jetzt da rüber. Holen zwei Tortillas. Ähm. Beeilen uns hier am besten ein bisschen. Und dann holen wir das. Und das. Das passt gerade ganz gut. Die standen gut. Okay. Dann fahren wir bis hier. Ähm. Einmal. Und zweimal. Schon wieder falsche Reihenfolge. Weiß, ob ich es mit Absicht mache. Dann muss ich einmal waschen. In der Zeit kann ich zwar schneiden. Glaube ich. Ich glaube, das ist möglich. Aber sonst kann ich nichts tun. Während ich die beiden Teller wasche, die ich jetzt gleich habe. Einmal. Zweimal. Wieder zurückfahren. Ähm. Pilze sind zuerst fertig. Zack. Nein. Zack. Ähm. Am besten gleich. Scheiße. Jetzt hat der den. Ach. Die Pfannen dabei. Ähm. So. Rüberfahren. Das war jetzt nicht unbedingt optimal. Ich weiß nicht, was hier optimal ist. Aber das war es nicht. So. Okay. Wichtig ist aber irgendwie diese Reihenfolge. Ich glaube, das funktioniert ganz gut. Oh, fuck. Einmal. Zweimal. Dann nehmen wir einmal Pilz. Und am besten gleich auch Fleisch mit. Dann haben wir beides. So. Da hoch. Pilz. Ähm. Wir fahren so hin. Dann kann der hier waschen. Und der hier kann schneiden. Wir können aber nichts damit anfangen. Müssen noch bewegen. So. Einmal. Zweimal. Da wir eh bewegen müssen, machen wir es so. Wir fahren dicht darüber. Du schnappst die zwei Tortillas. Und fahren wieder zurück. Äh. Das war nicht optimal. So ist optimal. Nehmen das hier. Du nimmst ganz gemütlich mal die Pilze. Wirf sie aber erst, wenn der andere fast fertig ist. Und zwar jetzt. Gut. Und dann so. Und so. Und dann darüber. Und dann brauchen wir wieder Reis. Einmal. Zweimal. Dann fahren wir jetzt zurück und holen einfach mal noch die da. Aber das wird eh nicht reichen. Dann die Pilze. Oh je. Oh je. Die beschweren sich ja jetzt schon. So. Reis. Ja, ist ja gut, Mann. Guck mal. Ich muss halt auch irgendwann waschen und alles. Ihr Penner. Oh je. Das reicht noch. So. Pilze für euch. Fleisch für den nächsten. So. Und dann würden wir jetzt da hochfahren und dasselbe nochmal machen. Aber mit. Ah, fuck. Fleisch. Und Pilzen. Aber das wird knapp. So. Ähm. Du kannst waschen gehen. Du sollst waschen. Fleisch. Oh Gott. Okay. Ne. Das wird nix mehr. Vielleicht kriegen wir eins fertig. Ne. Niemals. Äh, ja. Kurz werfen. Ne, ich glaube nicht. Oh, wir haben auch gar kein Tortilla mitgenommen. Ups. Ne, aber ich glaube nicht, dass es noch reicht. Zehn Sekunden. Beide essen sind noch nicht gebraten. Aber gut. Auf jeden. Okay, es ist schon wieder was abgelaufen, so ein Scheiß. Okay, wir haben es also nicht geschafft, dass überhaupt niemand sich beschwert. Aber es ist schon wesentlich besser gewesen, glaube ich. 505. Bin nicht ganz zufrieden mit. Lasse ich jetzt auch so. Viel besser kriege ich das nicht hin, wirklich. Und ich war jetzt schon ziemlich gut. Aber das wär's dann jetzt für diesen Part. War lang genug, denke ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao.